Chile, ein Land schroffer Berge, weiter Hochebenen und tausenden Kilometern Meeresküste. Aber auch Vulkane und Erdbeben. Auf der Landkarte sehen Sie aktive Vulkane mit entsprechenden Symbolen und Erdbeben als Kreise dargestellt. Je größer, desto höher die Magnitude. Das stärkste bislang mit Seismometern aufgezeichnete Erdbeben weltweit ereignete sich auch hier in Chile. Das war am 22. Mai 1960 mit einer Magnitude von 9,5. Chile ist ein stark erdbebengefährdetes Land. Hallo und herzlich willkommen. Wie nutzt man Aufzeichnungen von Erdbeben, um die zukünftige seismische Gefährdung abzuschätzen? Und welches Risiko besteht für Menschen und materielle Werte, davon betroffen zu sein? Die Antwort darauf wird in Wahrscheinlichkeiten angegeben, also probabilistisch. Das hat den Vorteil, viele mögliche Szenarien einzubeziehen und nicht nur eine einzige Variante. Ich werde Ihnen zuerst eine kurze Einführung in die seismische Gefährdungsanalyse geben. Das ist die Grundlage für jede Abschätzung des Risikos und ist für Behörden und betroffene Industriezweige von großer Bedeutung. Aber was genau ist seismisches Risiko? Ich möchte Ihnen den Zusammenhang zwischen seismischer Gefährdung und Risiko an einem kurzen Beispiel erklären. Der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile. Auf der Landkarte haben Sie schon gesehen, dass in der Nähe starke Erdbeben auftreten. Das bedeutet, die Gefährdung ist hoch. Für das Risiko sind außerdem zwei Dinge von Bedeutung. Erstens die Verwundbarkeit der Stadt, man spricht auch von Vulnerabilität. Zweitens die Exposition, das sind die Werte im Einwirkungsbereich des Ereignisses. Santiago ist sehr verwundbar. Zum einen leben hier viele Menschen auf engem Raum. Zum anderen stecken hohe finanzielle Werte in Bebauung und Infrastruktur. Risiko berechnet sich aus Gefährdung mal Vulnerabilität mal Exposition. Santiago hat also ein hohes seismisches Risiko. Anders die Gegenden Chiles, die nicht besiedelt und bewirtschaftet sind. Sie haben zwar eine hohe Erdbebengefährdung, aber eine geringe Vulnerabilität und damit ein kleineres seismisches Risiko. Die Berechnung der seismischen Gefährdung an einem bestimmten Ort stelle ich Ihnen jetzt vor. Die Vorgehensweise dazu besteht aus vier Schritten. Erstens die Beschreibung der seismischen Quellen. Dabei werden alle möglichen Bebenorte einbezogen, die Auswirkungen am Untersuchungsort haben können. Zweitens die zeitliche und räumliche Verteilung von Erdbeben. Hier wird typischerweise die statistische Gutenberg-Richter-Verteilung herangezogen. Sie besagt für eine bestimmte geografische Zone, wie häufig im Durchschnitt Beben verschiedener Magnituden sind. Der dritte Punkt betrifft die resultierende Bodenbewegung als Folge eines Erdbebens. Hier werden sogenannte Abminderungsfunktionen verwendet. Sie sagen aus, wie stark sich die Erdoberfläche mit wachsender Entfernung von Erdbeben noch bewegt. Zuletzt und viertens werden all diese Informationen zusammengetragen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit von Erdbebenauswirkungen zu berechnen. Dabei werden Aussagen getroffen wie, Die Wahrscheinlichkeit einer Bodenbeschleunigung von 5 m pro Sekunde Quadrat innerhalb der nächsten 50 Jahre ist 10%. Aus diesen vier Schritten besteht jede Gefährdungsanalyse. Ich habe mir das am Beispiel Chile von dem Erdbebeningenieur und Science-Slammer Andreas Schäfer veranschaulichen lassen. Er arbeitet bei der Firma Risklayer in Karlsruhe. Sie ist eine Ausgründung des Karlsruher Instituts für Technologie und erstellt Risikostudien zur Gefährdung durch Naturkatastrophen. Ja, hi. Willkommen bei Risklayer. Hallo. Sollen wir uns gleich setzen? Gerne. Andreas, eure Firma Risklayer erstellt Risikogutachten für Auftraggeber weltweit. Du hast uns heute ein Beispiel aus Chile mitgebracht. Warum ist das Land Chile so interessant? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es eines der am Erdbeben gefährdetsten Länder weltweit. Zum anderen, aufgrund der starken Gebirge, die relativ nah an der Krüste ansteigen, liegen auch die meisten Städte direkt an der Küste, wo auch die meisten Erdbeben stattfinden. Und zusätzlich hat Chile viele sehr vulnerable Industrien, das heißt beispielsweise der Weinanbau, der auch in den letzten Jahren schon mehrfach von Erdbeben stark getroffen wurde. Weinanbau ist durch Erdbeben gefährdet? Durchaus. Zum Beispiel bei der Lagerung. Das heißt, wenn durch die Bodenbewegung die Weinflaschen aus den Regalen herausfallen können oder wenn beispielsweise die Tanks verbogen werden und so der Wein in der Produktion schon beschädigt wird. Aber nicht nur die Weinindustrie ist stark gefährdet, auch beispielsweise der Tourismus. In Chile vielleicht nicht so sehr, aber wir denken alle an das große Tsunami 2004 und andere Ereignisse, wo gerade Touristenorte und beliebte Reiseziele schon von Katastrophen stark getroffen wurden. Wie groß ist die Erdbebengefährdung in Chile? Und wie wahrscheinlich sind eigentlich schadensrelevante Erdbeben? Dafür kommen wir auf unser Vier-Punkte-Schema zurück. Der erste Schritt war die Verteilung der Erdbeben. Andreas, wie sind die Erdbeben in Chile verteilt? Nun, zuerst muss man wissen, dass in Chile eine große Subduktionszone vorliegt. Das heißt, hier taucht die eine Platte unter die andere. Und das heißt, dass entlang der gesamten Küstenlinie vor allem flache und sehr starke Beben auftreten. Und soweit man ins Landesinnere hineinkommt, diese Platte tiefer abtaucht und zumindest die großen Beben eher in größerer Tiefe stattfinden. Kleinere Beben an der Oberfläche sind zwar immer noch normal, eben durch den Aufbau des Gebirges. Und diese Besonderheiten, das heißt, man hat gewisse flache Erdbeben im Gebirge, man hat Tiefe drunter und dann noch die ganz großen in der Küstenlinie, kann man dann mit sogenannten seismotektonischen Zonen zusammenfassen. Das heißt, jede Erdbebenart hat so ihr eigenes kleines Ländchen, in dem sie dann vorkommen oder diskretisiert werden. Nehmen wir beispielhaft eine Zone heraus und gehen zum nächsten Schritt der Gefährdungsanalyse. Wie sind die Erdbeben in Zentral-Chile zeitlich verteilt? Nun, wenn wir jetzt beispielsweise ein Erdbeben der Magnitude 4 herauspicken, die treten alle paar Tage auf, also relativ häufig. Aber Erdbeben der Magnitude 8, das heißt, die großen Erdbeben, die große Schäden verursachen, unter Umständen auch Tsunamis, die treten im Mittel alle 25 Jahre auf, also relativ selten. Aber obwohl man abgeschätzt hat, dass die zwar alle 25 Jahre auftreten, heißt das nicht, dass die auch dann wirklich kommen. Zeitlich sind die oft geklastert. Das heißt, es gibt immer wieder Phasen, wo diese Erdbeben häufiger auftreten. Das heißt, zwischen zwei Achtern kann durchaus mal nur 5 bis 10 Jahre liegen, während wiederum zwischen anderen Phasen, dass da eher 20, 30, 40 oder vielleicht auch 50 Jahre an Ruhe dazwischen herrschen kann. Und im Mittel schätzt man dann das dann mit 28 oder 25 Jahren ab. Das heißt, die Menschen dort spüren regelmäßig Erdbeben, da starke Beben über hunderte Kilometer hinweg gespürt werden können. Schäden hingegen treten in kleineren Entfernungen auf. Und damit kommen wir zum dritten Punkt der Gefährdungsanalyse, der Bodenbewegung als Folge des Bebens. Um das zu berechnen, können wir sogenannte Abminderungsfunktionen verwenden, im Englischen auch als GMPI bezeichnet. Die basieren auf vielen, vielen seismologischen Messdaten, die die tatsächliche Bodenbewegung von historischen, also Beben der letzten Jahrzehnte, verwendet haben, um das als einzelne Funktionen abzuschätzen. Von denen wurden sehr, sehr viele entwickelt. Und wir haben jetzt als Beispiel die Funktion von Youngs und Kollegen aus dem Jahre 1997 herangenommen. Und hier sieht man auf der Y-Achse die Bodenbeschleunigung, auf der X-Achse die Entfernung in Kilometern. Und da kann man direkt erkennen, dass natürlich im Nahbereich haben wir die großen Bewegungen und die fällt mit steigender Entfernung ab. Also beispielsweise von 10 auf 100 Kilometern um den Faktor 10. Und während wir bei diesen Werten 0,1, 0,05, das ist spürbar, aber das erzeugt keinen Schaden. Was aber sehr wichtig ist, das hängt nicht nur von der Entfernung ab und der allgemeinen Stärke des Bebens, sondern auch von lokalen Effekten. Beispielsweise, was für Boden denn vor Ort ist. Ist das weicher Boden, Sand oder ist das harter Fels? Und je nachdem wird das stärker oder weniger amplifiziert. Und wir haben auch ein unterschiedliches Schadensmuster, je nachdem wie die Geologie vor Ort aufgebaut ist. Das heißt, wir wissen jetzt wie oft, welche Magnituden in Zentralschile etwa auftreten. Und wir kennen die Auswirkungen der Bodenbewegung. Das Ganze können wir jetzt zusammenfassen in der Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Erdbebens. Genau, das nennt sich dann eine sogenannte Gefährdungskurve. Für beispielsweise einen bestimmten Ort nehmen wir die Stadt Santiago de Chile. Wir können hier diese Kurve entwickeln. Wir haben auf der y-Achse die Bodenbeschleunigung und auf der x-Achse eine Eintrittswahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit wird aus der Annahme gezogen, dass die Erdbeben mit einer Poisson-Verteilung zufällig auftreten. Und hier können wir auch direkt erkennen, dass sehr kleine Erdbeben natürlich sehr häufig auftreten. Das heißt, wir haben sehr kleine Bodenbewegungen davon. Und deutlich seltener sind natürlich die großen Bodenbewegungen von den Starkbeben. Solche Kurven werden dann flächendeckend für ganz Chile berechnet und als Landkarte dargestellt. So eine hast du uns ja heute mitgebracht. Ja genau. Für so eine Landkarte pickt man sich dann eine bestimmte Wahrscheinlichkeit heraus. Zum Beispiel die 10%ige Wahrscheinlichkeit in 50 Jahren. Es gibt auch andere 5%, 1%, als hier haben wir die 10% als Beispiel. Und da kann man auch sehen, dass von den grauen Zonen, wo eigentlich keine Bodenbewegung zu erwarten ist, bis hin zu den roten, dann die größte Gefährdung ansteigt. Und man erkennt auch sehr gut, dass natürlich entlang der Küste, wo die Subduktionszone ist, die größte Gefährdung stattfindet. Und umso weiter man sich davon entfernt, nimmt die ganze Sache ab. Und an manchen Orten kann man auch unter Umständen lokal einzelne Gefährdungsherde erkennen. Das kann durch einen Vulkan sein, durch eine Verwerfungslinie vor Ort. Das heißt, so eine Karte ist immer eine Kombination aller Gefährdungspotenziale, die sich jetzt in dem Bereich bilden können. Um jetzt das Risiko zu berechnen, kann man diese Gefährdungskarten mit Vulnerabilität und Exposition zusammenführen. Wie ist denn zum Beispiel die Exposition für den Weinanbau jetzt in Chile? Dafür können wir uns einfach mal die Exposition des Weinanbaus weltweit mal genau anschauen. Da kann man verschiedene Größen nehmen. Jetzt in dem Fall, um es auch besser vergleichen zu können, haben wir den prozentualen Anteil der Weinindustrie an dem jeweiligen Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Länder farblich über die Karte verteilt. Das heißt, man kann natürlich erkennen, dass die Region, wo man den normalen Wein auch herbekommt, sei es Italien, Frankreich, Spanien, aber auch die USA, natürlich einen moderaten bis hohen Anteil von einem bis zwei Prozent hat und auch Chile da sehr stark vertreten ist. Das heißt, Chile ist tatsächlich, was die Exposition angeht und vor allem die Wirtschaftskraft, die für das Land in der Weinindustrie drin hängt, eines der aktivsten Länder der Welt. Viele Bausteine also, um am Ende das seismische Risiko zu berechnen. Wofür brauchen eure Auftraggeber eigentlich diese Informationen? Für viele Dinge. Zum einen allein die Information, wie groß das Risiko eigentlich ist. Das heißt, wie viel Schaden erwartet beispielsweise ein einzelner Weinbauer oder eine Weinbaugruppe pro Jahr eben durch Naturkatastrophen, beispielsweise Erdbeben. Und wie können sie mit diesen Schäden umgehen? Das heißt, können sie ihre Flaschen besser lagern? Sollen sie vielleicht eine Verstärkung des Hauses vornehmen? Oder macht es vielleicht Sinn, eine Versicherung überhaupt in Anspruch zu nehmen? Und auf der anderen Seite ist natürlich Versicherer daran auch interessiert, weil mit der korrekten Information über den Risiken können sie auch die richtigen Produkte für die richtigen Kunden anbieten. Das heißt, sie sind dann auch nicht so teuer, dass sich das niemand leisten kann, aber auch nicht so günstig, dass wenn die Katastrophe eintritt, dass man die Kosten nicht mehr decken kann. Andreas, dieser Trip nach Chile war wirklich sehr aufschlussreich. Danke. Was ist dein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt hat indirekt mit meiner Doktorarbeit zu tun, wo ich Tsunami-Risiken weltweit versuche zu berechnen. Und in dem spezifischen Projekt geht es darum, die Risiken für Strände zu berechnen. Das heißt, herauszufinden, wie viel Wert ist eigentlich ein Strand für den Tourismus, wie sind die Gefahren dafür und wie gefährdet ist vielleicht dein Lieblingsstrand, wenn du das nächste Mal in Urlaub gehst. Okay, ja, dann viel Erfolg dabei. Dankeschön. Sie haben heute kennengelernt, wie man seismische Gefährdung probabilistisch abschätzt. Man braucht dazu Kenntnis von dem Ort der Beben, der Häufigkeit und der Auswirkung auf die Bodenbewegung. Daraus resultiert eine Gefährdungskurve. Diese kombiniert man zuletzt mit der Vulnerabilität und der Exposition verschiedener Werte oder Bauwerke und erhält das Risiko finanzieller Verluste oder einstürzender Häuser. In Chile und weltweit gibt es viele solcher Gefährdungen durch Naturkatastrophen. Wenn wir in der Lage sind, sie korrekt einzuschätzen, können wir uns besser auf ihr Eintreffen vorbereiten. Wenn wir in der Lage sind, sie korrekt einzuschätzen, können wir uns besser auf ihr Eintreffen vorbereiten.